Hallo Sammler, heute möchte ich euch eine Goldmünze vorstellen, die zwar überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich sonst sammle, aber die ich mir gegönnt habe, weil mich einfach die Prägung, die Größe und das Gewicht fasziniert haben. Der Entwurf zu dieser Münze stammte von Emilio Del Moral. Die große Münze besteht aus 900er Gold, die Legierung besteht aus 90% Gold und 10% Kupfer mit einem Gewicht von 41,67 Gramm. Das Feingewicht beträgt 37,5 Gramm, was auch ganz unbescheiden auf dem Avers mit 37,5 Gramm Ouro-Buro aufgeprägt wurde. Der Durchmesser beträgt 37 Millimeter bei einer Materialstärke von 2,6 Millimeter. Aufgrund der Größe und dem Gewicht taucht die Münze, häufig ist zwar übertrieben, aber doch öfter im Goldhandel als Anlagegoldmünze auf. Die Vorderseite des Centenario zeigt das Bild des geflügelten Sieges. Ein personifizierter weiblicher Engel der Unabhängigkeit, die in der hochgestreckten rechten Hand einen Lorbeerkranz hält. In der linken Hand hält der Engel die zerrissenen Ketten der spanischen Genächtschaft. Im Hintergrund erheben sich die Silhouetten der beiden berühmten mexikanischen Vulkane, des Popocatepetl und des Itzakihuatl. Das Jahr 1821 links unten erinnert an das Jahr der Unabhängigkeit Mexikos. Das Datum auf der rechten Seite gibt das jeweilige Prägejahr wieder, in dem diese Münzen geprägt wurden. Die Originalserie, also der Zeitraum, in dem diese Großgoltmünzen für den Umlauf geprägt wurden, begann im Jahr 1921 und endete 1931. Die Produktion wurde 1943 aufgrund der großen Nachfrage nach diesen Münzen wieder aufgenommen. Die Münzen, die im Zeitraum 1949 bis 1972 geprägt wurden, hatte man mit dem Prägejahr 1947 versehen. Analog zum Beispiel etwa den Nachprägungen der einfachen Goldtukaten Österreichs, die ja bis heute mit dem Prägejahr 1915 versehen werden. Nach dem Jahr 1972 wurde dieser Typ angeblich nicht mehr geprägt. Die Rückseite zeigt der Staatswappen Mexikos, einen Steinadler auf einen Kaktus sitzend, mit einer sich windenden Klapperschlange im Schnabel. Die Legende auf dem Revers lautet Estados unitos mexicanos. Der breite Münzrand trägt die vertiefte Randinschrift Indipencia y Libertad. Mit dem Prägejahr 1947 wurden insgesamt 309.000 Münzen dieses Typs geprägt. Das Centenario-Design wurde auch in der späteren geprägten Libertad-Serie bestehend aus Gold- und silberbaren Münzen verwendet. Die Münze gehört mit zu den größten Goldmünzen, die derzeit auf dem Markt sind. Und die Größe und ihr Gewicht machen diese Münzen zu einer geeigneten Investition für Edelmetallhändler und Sammler. Das war's für heute.